Wie ist der Klimawandel, Lebensmittelknappheit und Artensterben? Klimawandel, Lebensmittelknappheit und Artensterben sind zentrale Themen unserer Zeit. Das zeigen auch die aktuellen globalen Krisen. Pflanzen spielen eine wichtige Rolle dabei. Innovationen aus der Pflanzenforschung können einen Beitrag leisten, um Auswirkungen der Landwirtschaft auf Umwelt-, Klima- und Artenvielfalt zu minimieren und gleichzeitig helfen, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Aber wie kommen wir zu einer nachhaltigen Landwirtschaft? Das Ziel muss sein, mehr mit weniger zu produzieren. Mehr gesunde Lebensmittel mit weniger CO2-Emissionen, mit weniger Agrochemikalien und weniger Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Das wollen wir mit Ihnen und VertreterInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren, und zwar auf der langen Nacht der Wissenschaft am 9. September um 20.40 Uhr. Musik 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 Vielen Dank.